Hallo und herzlich willkommen zurück zu Clash Bands. Ich bin Manu und wir spielen Harry Potter. Wir sind immer noch im dritten Jahr. Und ja, soll wohl klappen, ne? Ich glaube, wir haben gerade mitgekriegt, dass Sirius Black unser Onkel ist oder was? Falls ich gespoilert habe, sorry. Aber es sollte eigentlich irgendwann mal auch einer wissen. Oder gewusst haben. Okay. Okay. Unheil angepricht. Na denn? Müssen wir hier durch? Wo müssen wir denn überall durch? Also hier kommen wir jetzt nicht weiter. Dann... Jo... Okay, Einschlüsse... Ah, da! Dann hab ich ja nicht so schnell gesehen. Cool. 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 erst mal alles kaputt machen was da so steht doch selber mensch ich was mit dem machen kann ich mich das können ja nur die beiden schon wieder ein tessel ja so das hat mir schon mal Da war was angewikkelt. Was? hey die skelette hier entweinen muss bis ich dann die ganzen bauter zusammen hat alles gemacht dann auch jetzt mal den muskelmann spielen und sie an das kettchen sie an das kettchen alles klar dafür bräuchten wir so eine art hermine haben wir nicht ja ja Okay. Jetzt schaust zeiten Und verschwinden entweder Und jetzt schaust sie hey ich muss es da reinschmeißen was gleich aber eine kirche aber jetzt mal ohne witz wo kriege ich denn von hier aus jetzt ich glaube da oben müsste ein liegen im her 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 Ja. oder musste der andere die katze ablenken ich sage auch die hälfte musst du erst mal kommen ja Oh, oh, oh. Boah, meine Fresse, ey. Nimm deine verdammte Katze. Und du Christen hier auch nicht gestoppt, ne? Ich bringe mir selber einen reingewirkt, so. Harry, komm runter. Ich wusste ja auch nicht, dass man beide... Meistens sind die Trunks ja nur für einen. Das war ja jetzt echt mysteriös. Und ich brauche deine Hilfe, mach das, was ich sage. Da sind wir hier rein. Ah. Ah. Ah, ah. geht noch nicht ja 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 okay macht er zusammen geht doch mal aus dem verdammten weg ach wahrscheinlich musst du einer von scissorin sein damit du das bekommst das kann auch so sein hätte sie da vielleicht nicht blenden sollen würde ich nur so behaupten ja war auf jeden fall ein kurzes wünschen so will man sie auch sehen wir haben dafür noch so und skin gekriegt so fred m polupa ja du fand ich jetzt nicht unbedingt schlechte ist doch die technisch hat uns ja auch weitergebracht ich würde sagen zunächst mal wenn es euch gefallen hat daumen hoch kommentiert mal was nein die kommentiert eigentlich relativ viel genug wie gesagt teilt das video bleibt das video und bis zum nächsten mal ich hoffe es gefällt euch wenn irgendwas auszusetzen ist dann schreiben ja bis zum nächsten mal